Ina Bauer-Szenes war eine deutsche Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startete. Sie wurde von 1957 bis 1959 deutsche Meisterin. Ihre besten internationalen Ergebnisse waren der vierte Platz bei der Europameisterschaft 1959 und der vierte Platz bei den Weltmeisterschaften 1958 und 1959. Eine Zeit lang galt sie als weltbeste Körläuferin, war aber in der Pflicht etwas schwächer, sodass sie nie eine internationale Medaille gewann, trotz der Trainingsaufenthalte bei Startreiner E. Die Scholdern in Colorado Springs. Sie erfand den heute nach ihr benannten Ina Bauer-Schritt. Nach aussichtslosen Zurückliegen nach der Pflicht bei der Europameisterschaft 1960 zog sie sich auf Druck ihres Vaters, eines Seidenfabrikanten aus Krefeld, aus dem Amateursport zurück, was ein großer Skandal des deutschen Eiskunstlaufs war. Nach dem Ende ihrer Amateurkarriere erhielt sie Hauptrollen in den Revuefilmen Ein Sternfeld vom Himmel und kauft ihr einen bunten Luftballon, an der Seite von Tony Saylor. Sie war die Vorgängerin der Eiskunstläuferin Uschi Kestzler bei der amerikanischen Eisrevue Ice Follies und heiratete den ungarischen Eiskunstläufer Istvans Zenes. Später betrieb sie ein Kunstgewerbegeschäft in ihrer Heimatstadt Krefeld und war als Eiskunstlauftrainerin beim Eislaufverein Krefeld tätig.